Alles klar zwischen uns? Du dich um mein Wohlbefinden sorgst? Mein Vater sagt, nur blöde Menschen sind fasziniert. Du kannst ein sehr dreckiger Freund sein. Du kennst das, oder? Was machen wir normalerweise, wenn wir fasziniert? Ja, aber wir können das nicht. Nicht immer. Ich weiß. Wahrheit oder Wohlbefinden. Okay, ein wenig abgedroschen, aber gut. Ein wenig abgedroschen, aber gut. Ich sehe, du bist super fasziniert. Hey, du bist derjenige, der sagte, du warst fasziniert, nicht ich. Ich versuche nur zu helfen. Du gehst erst, Zee. Wahrheit oder... ... du weißt. Wahrheit. Wow, die Wahrheit. Ich mag es, Zee. Mein größter Traum. Eine ziemlich blöde Frage. Kann ich dir doch Pflicht nehmen? Wieder. Du sagst, du warst fasziniert. Nicht ich. Ja, ist ja gut. Nächste Präsidentin werden mit dir einen Roadtrip machen. Ah, okay. Kaido und Zoe auf der öblichen Straße. Rays in hell. Ich kann nicht warten. Alles, was wir tun müssen, ist einen Pass. Irgendwie. Okay, du bist dran. Also Wahrheit oder Pflicht? Hm. In Wahrheit. Rufe Wild Flores. Ich liebe Tyrek. Wild Flores. Watch and learn. Let me just... Okay, good to go. Vote for Senator Flores! Stop yelling, kids! But maybe I will sing! Boom. Satisfied? Auf eine seltsame Art, ja. Du bist verrückt. Ja. Maybe a little bit. Okay. Your turn. Oben links steht ja auch Zweifel. Also sie ist jetzt gerade wahrscheinlich am Zweifel. Äh, steht ja auch da. Aber... Ich habe darüber nachgedacht. Ja, niemals. I'm sorry. Ja, komm. Komm, wir gehen. Ja, komm. Ja, komm. Schräg. Wieso widerlich? Wieso widerlich? Äh, was? Wieso widerlich? Okay, zurück zu dir. Ich denke, ich gehe mit der Wahrheit. Ich gehe mit dieser Zeit. Äh, wer war der Typ, mit dem ich dich gesehen habe? Was war heimlich zu mir? Wollen wir das fragen? Weil das sieht so nach Spionieren aus, wenn wir das erste nehmen. Was war heimlich zu mir? Was? Habe dich mit diesem Kerl gesehen? Okay. You saw that? Ja. Ja, das habe ich gerade. That was... A family friend. From Colton City. Na, natürlich. Warum hast du dich mit ihm getroffen? Warum hat er nicht einfach nur angerufen? He doesn't have a resident card. We could get into trouble. Was wollte er denn? Und warum ist er hier? Just to give my parents and I some info. About our family and friends. And he gave us some money too. Hm, ich weiß nicht. Ich kenne doch Geld wofür. Sie, I'm poor. That's why I have like the only basement apartment in White Sand. Was macht Sinn? Dude, you live between Tyrak and Sonja Sanchez. It's absurd. Now, come on. It's your turn. Truth? Or dare? Ähm. Wie oft. Warte, hieß nicht, will deshalb. But you should. I know it bothers you. Okay, okay. My bad, Zee. You're not ready. That's cool. Bereit für eine und für deine Runde? Du bist dran. Wahrheit oder Pflicht? Actually, I should probably get going. Muss? Jetzt schon? Sorry, yeah. I have a few things to do before tonight. For my folks. Look. Zee. Was? I... I gotta tell you something. But not now, okay? Meet me tonight. At the top of my building. I'll unlock the door for you. Okay. Heute Nacht wird er uns was sagen. Ich bin wohl dabei eingeschlafen. Kaito möchte also reden. Aber ehrlich gesagt bin ich ein wenig besorgt. Ich bin mir sicher, dass das nichts ist. Ich vertraue ihm. Ich sollte jetzt gehen. Ich kann nicht den ganzen Tag bleiben. Ich sollte jetzt gehen. Ich kann nicht den ganzen Tag bleiben. Ich sollte jetzt gehen. Ah. Dabei ist das nicht gleich die gleiche Antwort. Werfen. Oh. So. Jetzt hoffelt der irgendwo rum. Wo sind eigentlich die anderen Kassetten? Können wir die wieder einsammeln in dem Fall? Ähm. Na. Ja, jetzt haben wir einen Flummi. Sehr cool. Hier können wir ein bisschen trainieren. Hier können wir nicht weitermachen. Ähm. Bett. Ja, gut. Können wir hier ein bisschen rumsprayen eigentlich? Ne, ne. Das geht auch nicht so nebenbei. Okay. Da können wir aber nicht ran wirklich, ne. Das Ding hier. Ah. Gut. Gut. Ja. Dann, äh. Oh, dann ist noch ne Kassette. Da gehen wir sonst mal hin. Noch ne Kassette vergessen? Ach so. Äh. Ja, gut. Dann gehen wir zu. Hey, das wohnen. Obwohl es jetzt sagt, dass er mit seinen Eltern flieht, könnte ich mir ganz gut vorstellen, ehrlich gesagt. Aber, obwohl, ja, ich glaube nicht, dass er da gleich, gleiche raushaut. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht, dass er gleich raushaut. Nur keine Taste. Einige Stunden später. Die Regeln für Menschen, die hier leben, erscheinen mir ziemlich, äh, heftig. So, was steht da? So viel Post. Vielleicht sind sie umgezogen und haben vergessen, ihre Adresse zu ändern. Vielleicht sind sie auch geflohen. Da hinten wohnen wir, da ist natürlich Dick Barty hier. Bin gleich bei dir. Gucken wir erstmal wieder ein bisschen. Was ist da hinten, Alte? Funktechnik? Oh, nice, du kamst. Ja klar. Oh, dass ich keine Höhenangst habe. Wow, Aussicht ist ja unglaublich hier. Ich weiß, richtig? Willst du sitzen? Das heißt, die Statue von Tyrek sei aus purem Gold. Vielleicht weiß ich eines Tages mal hinein, wenn ich mich langweile nur um das zu überprüfen. Noch eine Beschwerde über Sonja. Papa mag ihre Partys nicht. Vermutlich, weil er nie einklagen wird. Und hier oben ist White's ganz besser. Aber... Hast du es noch nie erwähnt? Vielleicht wollte ich es für mich selbst behalten. Ich glaube, das ist selbstverständlich. Manchmal komme ich hier, um zu denken. Manchmal nicht zu denken. Das ist auch gut für mich. Nicht nachzudenken kann sehr gut sein. Was sind denn Eltern, dass du hier bist? Nein. Nein. Ich lege die Schlüssel von meinen Pappen. Er hat so viele für seine Arbeit. Er wird niemals wissen, ob einer ist missing. Du siehst den Horizont da? Das ist meine Partei. Ja. Und außerhalb davon, die Grenzen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja, okay. Ich weiß. Deswegen bin ich hier. Du wirst nicht meinen Segen klemmen. Ich bin schon wieder. Komm schon. Ich weiß, dass es tut, mich zu erinnern. Du bist Angst. Aber... Ich bin hier. Ich habe deine Beine, Sie. Nein, Sie. Es ist wichtig. Es ist wichtig. Du kannst nicht immer von 86 gehen. Du musst die Wahrheit stellen. Du musst die Wahrheit stellen. Verarsch mich nicht, Kaido. Es ist die Regierung. Du wirst das wissen. Aber du willst es nicht glauben. Stopp! Stopp! Ich habe die Karten und es geht weiter. Nein. Das geht weiter. Um. Alles Liebe. Das geht. Was wieder neben? Ah, das war die Ehefrau von dem Kerl auf dem Foto, also, ja, ich weiß nicht, wie die heißen. Ah, die hat also das Attentat ausgeübt. Okay. Das ist ja krass. Das ist ja krass. Das ist ja krass. Och, Mensch. Road 96. Das ist aber ganz schön gemein. Und das ist aber, das war fies, ey. Ach, Mensch. Und an derselben Stelle, weil ich nicht wusste, ja, das switcht ja doch mal um. Ach, das ist ja krass, dass die Frau von diesem Kerl, von dem Trucker-Fahrer, dass die das Attentat gemacht hat anscheinend. Das ist ja krass. Ich bin nicht gefragt, Mutter. Mach es. Detonate die Explosiven. Jetzt. Entschuldigung, Sarah. Das ist ja pas gedrückt. Also, ihr Vater hat letztendlich den Knopf gedrückt, dass der Berg auch einfällt. Es gab zwar einen Anschlag, aber letztendlich, dass der Berg eingestürzt ist, kam also von der Regierung selber. Also, ihr Vater hat letztendlich den Knopf gedrückt. Oh, Mist. Puh. C. Oh, ganz beschissen. Ah, gut, okay. Fortsetzen. Also, sie fängt dann, glaube ich, an zu sehen. Noch was Besseres? Und ich glaube nicht, dass du es nicht magst. Was sollst du mir sagen? Zoe. Was? Es geht um den Mann, den du mit mir zu sprechen sahst. John. Er ist nicht ein Familie-Friend. Was hat er dir kaum erwartet. Er ist was? Was? Eine schwarze Brigade. Ja, Zoe. Zoe. Aber das war jetzt ja nicht der aus der Hauptstory, ne? Also hier der, der, der quasi der Ehemann einer Frau, die quasi das Attentat ausgeführt hatte. Mein Freund und seine Eltern sind Black Brigades. Wir wollen das für eine Akte aus Tyrex, okay. Eine Akte? Eine Akte, was für eine Akte? Es endet wieder bei 86, klar. Deswegen warst du Tyrex Palast. Was ist denn Lügen sein? Quatsch. Ja. Und warum ich mich interessiert in diesem Palätsmodell. Vielleicht könnte es meine Eltern und mir helfen. Das Problem ist, wenn wir das Bild für diesen Mann, Robert, bekommen, dann helfen wir uns aus dem Land. Ich wollte mir früher was sagen sollen. Warum erzählst du mir das? Aber du weißt, wer mein Vater ist. Ne, das können wir ihm nicht vorhalten. Warte. Ähm. Ich war schockiert, okay? Du bist die Ministerin, Zee. Ich wollte dich nicht verlieren. Ja, das wäre sonst noch zu früh gewesen. Da hat er schon nicht ganz unrecht. Kann er sich glauben. Ich bin sorry, Zee. Ich weiß, das ist kompliziert für dich. Können wir darüber reden, Zee? Bitte. Weg zu gehen, Kaido. Ich hätte nur noch einen besten Freund verloren verloren. Die Brigaden beschaffen. Ja, natürlich müssen wir das. Sonst geht das Spiel nicht voran. Das ist ja nichts. So. Jetzt spielen wir den Revolutionär. Ach, hier und oben ist seine Basis sozusagen. Das geheime Büro meines Vaters. Von hier aus kommuniziert er manchmal mit den Brigaden. Er hat keine Ahnung, was ich davon weiß. Ne, also gut, nochmal kurz zusammenfassend. Also, wie gesagt, ich kenne leider die Namen nicht. Ich, äh, von den, von den aus der Hauptstory. Aber da war es ja so, dass dieser eine Trucker, den wir kennengelernt hatten in der Hauptstory, also im Hauptspiel, ähm, der war ja eben halt Trucker. Und seine Frau, da war ja immer so ein Fragezeichen. Ich glaube, das wurde nie richtig aufgeklärt. Aber wenn ich das richtig verstehe, hat die das, die Ehefrau, das Attentat ausgeführt? Ne, oder was heißt ein Attentat? Es klingt wahrscheinlich eher darum, Freiheit zu beschaffen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und letztendlich aber die Regierung dafür gesorgt hat, dass der Berg einstürzt und die ganzen Leute gestorben sind letztendlich bei diesem Anschlag. Wofür aber letztendlich die, die, die schwarze Brigade nix, 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 nix konnten. Wohnung 604, Herr Thompson lebt hier. Ich habe ihn kurz nach unserem Einzug getroffen. Er hat mir erzählt, dass er auch jemanden verloren hat, seine Tochter. Sie ist bei dem Zusammenbruch von 86 umgekommen. Die Gespräche mit ihm haben mir geholfen, den Verlust von Eier zu verhauen. Okay. Wohnung 602, die Familie, die hier lebt, hat einen Tyrek-Schrein in ihrem Wohnzimmer. Ich habe ihn einmal gesehen. Ich frage mich, ob er echt ist oder nur zur Deckung dient. Wohnung 504, Frau Green, die Dame, die hier lebt, ist eine Freundin meiner Eltern. Eines Tages ist sie einfach verschwunden. Ich glaube, sie setzt sich für die Brigade ein. Und ich denke, das haben sie herausgefunden. Sie ist einfach verschwunden. Hier können wir, glaube ich... Hier können wir, glaube ich, abreißen. Mit ihm können wir, glaube ich, abreißen. Das ist schon okay. Okay. Good morning. Today's date is May 4th. Let us make this the best day we possibly can. Thank you. Hello, I'm Sonya Sanchez. You're watching The Sonya Show for May 4th. The stage at Presidential Park has been prepped for Tyrek's experience later today.